Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fireball Ich bin euer Mr. Darkfire und mit mir dabei ist... Hallo... Hallo... Bei mir öffnet sich gleich eine Internetseite Wie wunderbar Ey, ich will kein William Hill, alter Ja, Geheimwerbung Ja, Geheimwerbung Weil ist das immer so Oh, scheiße, jetzt hast du noch zwei gedrückt Ja, kommst du? Ja, ich hab grad noch ein Ding zu suchen Leiter Alter, ne Leiter, okay Leiter, nicht ne Leiter Ja, Alter, ich krieg mir letzter Zeit irgendwie nur von Porno-Webseiten, entweder Nachrichten oder ne Werbung Ja, hast ne Viruswort Na, das ist voll bescheuert Äh, wieso zeig ich mir jetzt ein Tutorial-Tuch? Das stimmt ja, weil ich ja, ähm, Daten zurückgesetzt habe Hab ich ja, glaub ich, mein Virus-Schutzprogramm verloren Habe, glaub ich, mein Virus-Schutzprogramm verloren Ja, vielleicht Alter, jetzt habt ihr ja schon grad so ne komische Stimme gehört Und das ist wirklich ein Virus Ich hoffe, es stört euch nicht Hm Und das war auch nicht beabschied Muss man da gucken, ob hier aus der Sturm geht Mit meinem Aufnahmeprogramm Wo sollte er eigentlich flippen Äh, läuft das bei dir eigentlich auch? Und was? Deine Aufnahme? Ja Okay Äh, ja, und sorry für die letzte Folge, weil Die, ähm, Dings, die ich nicht hochgeladen habe Weil ja mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft Keine... In der Zeit für Kopfhautprobleme Hat denn... Oh ne, jetzt nur noch hätten Schulderswerbung, äh, im Hintergrund Also ihr merkt schon Richtig die Werbung im Hintergrund Und das ist alles Crashed Thumper nearby Repairs requested by owner Mach den erstes Mal wieder so Event Alter, geil Die Werbung im Hintergrund Mach mal wieder was Neues Das war, glaub ich, das war jetzt schon die dritte Werbung Ja, die Witter haben dich dafür nicht, dass du Werbung machst Also, ja, dann Tut mir leid Ja, also ich wollte eigentlich noch gar nicht in meiner Werbung haben Äh, in meinem Spiel haben Ich weiß den ganzen Tag keine Werbung Aber starte ich meine Aufnahme Also Entschulders Unter 18 Jahren Und dann war so ne komische Scheiße Pressebutton irgendwas, keine Ahnung Ja, schön Aber schön, dass sie wenigstens mein, äh, Haarschampoon Reingenommen haben Ich hab' den Versuch' mich abzuknarrn Ja, ich hab' den Freund Ich hab' abgekürzt Ja, ich hab' im Shop geguckt Aktivieren, gestell' D Aktivieren, gestell' D Jetzt blick' vor dir Ich muss... Oh, mein Kopf Warte, wir sind falsch Warte, wir sind falsch Wir sind falsch Ja, wir müssen da nach oben Nach oben So aus, aus Oder wie Hier Ich bin noch schon da So, äh, aktivieren Stell' B Das ist nicht schattbar, der Schiff Genau, das Ich hab' das hier Ich hab' das hier Ich hab' dann beendet, also da mal Ich hab' das nicht mehr so Hardcore, nein, danke So So Und, passt Ist bei die Mission mitgeladen orator Ja, Mission 3, 2, 1, 0 Gut, da müssen wir iich mir dabei Ey, bei mir ried'sband Gut 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 Ich hab' dann herrie starts Der Install. Ja nachdem ist und dannhabe ich so aufgeholt Dann hab' ich lese conditioning gespielt Alter, sieht mal geil aus Ich hab das einfach ganz allein gemacht, also wie das ein bisschen schön war. Wer fliegt denn gerade? Ja wir zwei. Ich mach gar nichts. Guck mal nach unten, sieht aus wie so ein kleines Fußballstadion. Nein, natürlich ist es keins. Alter links, weil... Ist das ein Tempkirch? Ach so... Tja... Da muss er mir... was wir machen müssen. Lande mal endlich. Guck mal, das ist unser Whirlpool. Ja, Gift, das ist mal... Nur so ist es jedenfalls giftig. Wir stürzen ab, nein! Ach, jetzt geht's hier nach oben. Oh, da hinten ist ein Witter. Danke, dass du endlich landest. Ja, keine Ahnung, wann der landet. Auch jetzt aber wie. Ja, endlich. 4, 3, 2, 1. Bomb. Yeah, ich hänge am Flugzeug hier. Wieso das Schiff? Ja. Ach so wie? Was ist das? Vorsicht! Weißt du welche Person das ist? Und wer ist der Meister? Ich meine jetzt hier... Ich meine jetzt hier... Ich gehe jetzt in dieses Giftwasser. Hey! Get out of here! Hey, hot us in your house. Raus, in your house. Posi for the zombies. Und von Krabbel. Ah, shit. Alter, jetzt hängt ein bisschen bei mir. Die D-Filer für hier. Atta! Sprengstock aufnehmen. Nein, Standbild. Okay, geht doch. Atta! Atta! Helf mir! Ja, ich hab grad Standbild. Ja, muss ich beschützen, damit ich das beim Stock aufnehmen kann. Ja, ich hab grad Standbild. Ach so, das Standbild. Gut, bei mir geht's jetzt noch ein bisschen. Alter. Was passiert, wenn ich im Feuer stehe? So, geht das bei dir wieder? Ja, bei mir geht's vielleicht mit der Aufnahme... Kaputten Flugzeug, Helikopter, was auch immer. So, wir sollen das vier Minuten beschützen. Ja, ich steh mittendrauf. Scheiße, jetzt fall ich runter. Ja, aber die beiden... Die Bombe hier angreifen. Ja, da kommen zwei Zombies. Ich knall die vom Weiten ab. Oh, oh, da hinten. Hat wer ne Granate oder sowas? Ja, ich hab ne Granate. Ja, werf mal dahinter, guck mal die Tonnenbeißer von anderen Zombies. Nachladen und schießen. Ich nehm einen besser, bist du doch dafür. Und schießen. Oh, ey! Alter! Oh, ey! Alter, das ist hinter mir! Oh, Alter, wie die einen anspringen! Ja, ja, die fliegen! Oh, gut. Auch die. Ich weiß! Die sind besser als Kreisgefahr. Alter! Vorsicht, die sind so nicht. Danke! Halt es... Stell dir mal vor, das in Hardcore zu machen. Yeah! Das ist voll schlimm. Du bist ja mit Zählen von allen. Kommt so 30, 30.000 Zombies. Ja! Lack me! Das ist so, die sowieso kein Problem. Nur die fliegenden Viecher nerfen. Hä? Kennst du diese fliegenden Ameisen? Die sind schrecklich. Also im echten Leben, mein ich jetzt. Ja, 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 ich weiß. Boah, Alter, wenn ihr da in so'n Schwarm bist, ist es richtig eklig. Die fliegenden, das waren so die Wächter oder sowas. Von der Koningen. Hier hoch kommt keiner. Hier hoch kommt keiner. Ich bin mind auf dem Baum. Doch, da kommen sie hoch, die fliegenden. Aber ich bin ganz oben. Sie haben nur die gehen nur auf mich, weil ich... Sie haben nur die gehen nur auf mich, weil ich... Sie haben nur die gehen nur auf mich, weil ich... ...när bin. Die gehen nur auf... Ja, die wollten hoch, aber dann... Ja, die gehen nur auf mich, weil ich när bin. Ja, aber ich war ganz oben. Da wollte einer hoch springen und dann ist er... ...ein Baumstamm abgekleilt. Ähm, erst mal nicht. Oh. Das Schiff hat schon ein bisschen schade genommen. Out! Wo bist'n da? Leck mich mit sie. Leck mich. Was ich hinter dir? Wie hinter mir? Ich flieg die ganze hin und her. Also... Ich versuche mal auf dem Baum nur rum hinzulegen. Da hab ich irgendwie mehr... ...besser aus nicht. Versuche hier nichts, aber verteidige lieber. Ja, ich versuche das schon. Weil die kommen jetzt. Komm, Scherm! Herr! Zombie Apokalpse beginnt. Oh, ich will nicht gefressen werden. Nur aufs Info. Na, dann wirst du selber noch zum Zonno. Hab ein bisschen erschrocken. Ja, war ich da still. Ach, vorsichtig, die explodieren. Nicht zu nahe kommen. Wo die schießen. Ich hab mich gestern bei so... Ich hab mich gestern bei so... ...es Capes voll erschrocken, wo ich da erschossen wurde. Nur weil ich nicht zum Essen gegangen bin. ...chenn ich es mir schnell wegmachen und die macht vor dem Damage von dem Schiff... ...Machher auf dem Schiff. Komm, komm, komm. Ja, das ist weg! Da hilft mir, wer bist da? Ach, hier! Ich stand direkt neben dem Baum aufgeschossen. Ach, da! Leck mich doch alle. Hier, ich mockier das hier. Ach, da, ich muss weg! 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 ich kann nicht alles alleine schützen so Mistviecher ja hast du recht ey die sind eklig ich hab mir ge... Zombies hier diesen Alpha seufzt durch das Wasser ja ich hätte mir gestern verliebt zu Sephorus und zu Escapes aber ich hab mich dafür zu Escapes entschieden weil das irgendwie viel neuer ist und irgendwie hatte ich mir Bock drauf ja bloß im Archite ist so du bist also so Gefängnisleiter und Escapes da bis du der Gefangene hat ja bei so Forse bis zum Walden du musst dich vor Urein Ureinwohner schützen zähl tut dir lieber die Missviecher und weniger reden ja mach ich doch ich sehe gut ja ich hab immer 6 Uhr sechs Schlüsse und dann muss er nachlaufen geschaut schneller kann ich auch nicht schießen äh äh so ist draußen das 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 auch ich hab ne Ruhe Belohnung erharten was belohnt ja die Truhe oben ja die Truhe oben ja die Truhe ach so für die Teile gell also das ist auch Zeit das alles zu holen ok dann machen wir das zusammen wir müssen jetzt noch da rum genau such einfach die Teile nicht vergessen du kannst nur eins nehmen ja ich hab hier eins ja ich hab hier eins ja wir müssen schnell machen, komm so ich hab eins und wo soll ich das hinbringen naja zu dir zu den zwei also zum Abwurfort der Scheiße ist auf die Vita ah ja ouch ach das hat die machen vordern mit ach das hat die ach das hat mich die machen vordern mit krassen der Mensch auf dich krassen damage ah da die tot mich fast scheiße die tot mich scheiße tot mich scheiße tot mich scheiße das leckt voll übelst bei mir nicht bei mir leck nur das bei mir chat sprach steht gerade bei uns der sprach steht der leckt bei mir auch das mein ich ja hä wo ist denn jetzt hier wo ist denn jetzt hier wo ist denn jetzt hier scheiße Standbild scheiße ja bei dir ist keiner gut also als erotten und das war da hat er die Erschung vollen zu den bringen schnapp noch mehr bis zu mit am Arsch lecker also sind die nur gegner die ab macht die mal weg wir machen ich doch ja ich wollte teiler schnell ich weiß nicht mehr wurde erschossen also dort musste wir warte was herrlichste du bist unsichtbar vielen dank praktisch so macht die nicht sicher wer kann man sie nicht auch nicht gern die haben sich nicht gleich noch mal ich muss die ganze Zeit hin und her springen er hat sich verstecken ja das probiere ich ganz ehrlich gehe einfach mal noch mal zu diesen Uni Dings da genau ja bei Hardcore das ist ein Megaschwer kann ich dir sagen ich will es erst gar nicht austesten erst wenn ich der richtige Pro drin bin ich habe das mal ausgetestet unmöglich da muss da muss man echt vier Leute sein so viel fünft noch ein Leckmann Dorf ich erbrachte davon kommen schweiß ich mich nicht nur Prozent zu mir hatte sie er hat in die nichts aus also pro schluss die die 5 gehen 556 leben ab genauer die machte dafür kein damit genauer die machte dafür kein damit die aber die haben dafür kein verpasst also ganz schnell weg die machen sind ja auch noch so leute ja ich weiß die verteidigen die teile muss ich mir von krass hatte ja versuche ich gerade hier ist mir noch einer der gerade ein bisschen vermuten auf dich geschossen hat so alter glaubt schon mal leber auch du hast ja noch mal aus als ich gerade das positive das kommt dadurch wurde schnarrer und da ich weiß nicht die bürger sind ja das gibt hier fett das wird beschützt sich was wie ein Schild beschützt sich was wie ein Schild ausgebildet Prima ab es ist er die außerhalb der Wort es so viel mit uns in der Mutlin natürlich muss er auch dafür Geld haben auch nicht ja da gibt es auch nicht noch mehr ja nicht jeder kriegt nicht gleich am anderen so viel mit YouTube Money doch ah ich will ihm das Gipf reingefallen scheiße raus ah nein ah ich will ihm das Gipschleim oh ich hab Angst dass ich vielleicht sterbe ja ok das wollen wir zerstören ok das wollen wir zerstören ja Eis ist hittend dir hinter mir bei mir ist es schick vor mir das ist jetzt weg das ist auch weg das ist auch weg das ist auch weg ok 6 Sekunden noch Verteidiger das Landgeschäft wird eine Wetter und 3 und 3 ja ja ich hab mal gesagt ich hab mal hier erler wieder wie hier einer geblieben ist drücken und das hält die ein Park meine Frage kann man auf die Beine die auf zwei Videos mit einem hohen lang ja aber auch einmal nicht also kannst du wartet sein hinzufuhr aber auch immer wird nicht bei uns und er hat immer oder war nein hatte du kannst gleichzeitig hatte ganz gleichseitig das er stimmt wer hat das habe ich erst das habe ich bei den zwei parts 50 und 20 Minuten gemacht die sie so gut ist er Prozent und wird Warte auf mich er hat uns umsichtbar ich bin wenn ich das macht sich 90 5% ach so du bist noch nicht da aber jetzt bist du da ab jetzt so warte man sich zu einem sieben muss man sich übermissiert ab und wir zählen so gut 6 bis 9 hier dort hin so lange man schon auch weiß nicht und der Erkaufgabe die Städte für die Stunde Sorgte Web. Kassel-Werkung ja ich hab'n Wegpunkt nach der ganz hinten Warte mal, dann mach' ich mir auch selber, weil ich hab' da, ich hab' da ne Truppwegpunkt, oh toll ich muss jetzt mal einen Gleiter suchen warte auf mich, bis hier? ich muss einen Gleiter suchen erstmal ja, wollen gestern, nehmen wir doch wieder den Gleiter ja, ich hab' auch gesagt, dass ich den erstmal suche weißt du? also, ja, das sollte hier eben schon sein ach, sei'n gut, ich weiß, was er ist und da kommst du, wie? da hinten, genau ich seh' auch ok, es erspielt, legt es ein wenig du machst einen Umweg und ich nehm' wieder meine Abkürzung so, ich fliege jetzt mal ja, komm' bei hinter dir ich schieß' dich ja ich schieß' dich so bin ich unverwundbar gegen deine Schüsse ja, so würde ich das richtig abnehmen was solltest du noch bei dir hinter mir bist gerade mir fällt nur ein Level für die Uchi mal nicht ich blick so langsam Philipp wollte ja unbedingt den Gleiter sehen, Alter, ich meine LP Monkey was? der LP Monkey wollte ja unbedingt den Gleiter sehen was? gleiche was? den Gleiter achso du musst aber auch mal unsere Videos angucken mhm ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben ja der Gleiter ja, warte mal ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben welches Spiel wir für unseren Gruppenkanal äh spielen sollten außer Cubeword weil oder sendet uns mal den Link von Cubeword dass wir das kostenlos spielen können wo wir auch speichern können weil wir haben ganz hinter den Durchsuch und nichts gefunden so wirklich aber mit dem kostenlosen Ding, ne? das kann man auch nicht mehr kaufen nirgends das das wird doch abgeschafft das wird doch abgeschafft alter ja, der bei der offiziellen Seite also offizier äh Seite wurde auch der Shop entfört wo das kaufen kommt das ja äh so kommt wir können auch gleich äh die Folge beenden wenn du willst oder wollen wir noch eine Mission also du musst jetzt äh beenden ja wir haben grad eine Mission hinter uns und ja ja ok gut dann danke fürs Zuschauen und ihr kennt ja mein Spruch schon also brauche ich ihn nicht wiederholen außer dass ihr unbedingt einen Kommentar da lassen sollt weil ihr könnt mal in den Kommentar schreiben welches Spiel wir für unsere Gruppe äh let's playen sollten es würde uns sehr freuen wenn ihr uns dabei unterstützt und hilft ja dann tschülülül für die Folge jo tschülülülül boom